Jetzt braucht er viel und dann Also am Anfang ist einer sicher schneller, aber danach hast du keine Chance mehr. Und dann kann ich auch nicht. Und mit dem Schalten kommst du sowieso gar nicht hinterher. Bei der Doppelkupplung. Traust du mir nicht zu, oder? Aber siehst du, der bläht sich gar nicht.